Und hier liegt Zürich. Kann mir jemand vielleicht noch andere Städte nennen, die es in der Schweiz gibt? Bad Reigerts! Richtig, Theresa. Noch ein Vorschlag? Peter, fällt dir eine Stadt ein? Peter! Frankfurt? Aber Peter, Frankfurt liegt doch nicht in der Schweiz. Ach ja, stimmt. Entschuldigung, Herr Traber, ich muss gehen. Was? Aber schon wieder? Peter! Darf ich mitgehen? Ich glaube, er braucht meine Hilfe. Schluss jetzt! Peter kann nicht kommen und gehen, wie er will. Es gibt Regeln. Du bleibst hier, Heidi. Warte, bis die Schule vorbei ist. Also, wer kennt noch eine Stadt? Mutter! Sag jetzt die Wahrheit. Ist mein Vater aus Spanien oder aus Frankfurt gekommen? Hör zu, Peter. Jetzt sag schon! Antworte mir endlich! Nicht in diesem Ton. Und warum bist du nicht in der Schule? Na gut, ich hab verstanden. Peter? Peter, rede mit mir! Was hast du? Peter! Oh, mein armer Junge. Gut, die Zeit ist um. Denkt an eure Hausaufgaben, Kinder. Habt noch einen schönen Tag. Ich geh erst mal nach Hause. Ich will später zum Schluss. Ich hab Riesenhunger. Ich mache mir Sorgen um Peter. Gehen wir ihn suchen. Da, da ist er. Peter! 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 Jetzt warte doch mal. Wo gehst du hin? Ich fahr nach Frankfurt. Jetzt gleich? Allein? Aber Frankfurt ist doch viel zu weit weg. Ich weiß ganz genau, dass meine Mutter mir was verschweigt. Und ich will jetzt die Wahrheit wissen. Das ist kein Grund wegzulaufen. Oh doch. Ich werde diesen Anton Wendorf suchen. Warum? Ich glaube, er ist mein Vater. Was? Warte! Wie willst du ohne Geld mit dem Zug fahren? Das geht schon! Kein Geld? Dann die Reise ist schwer. Sagen wir es Brigitte. Schnell! Peter läuft zum Bahnhof. Er will nach Frankfurt fahren. Bleib bei Großmutter, Rico. Wir sind gleich wieder da. Boer. ıyorum. Boer.